Okay, Leute, das ist unser erstes Botox-Free-Video. Also, uns geht es richtig gut, seit wir die neue Technik entdeckt haben, dass auch wir faltenlos glücklich sein können. Das ist der Tipp an alle über 50-Jährigen. Ihr müsst einfach hier eure Hände hinpacken. Das ist genial. Und schon seid ihr faltenfrei. Immer schön lächeln.